Ja hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Top-Listen-Video. Ein altes, wiederkehrendes Format ist wieder da und ich freue mich riesig, habe richtig Bock auf die Videoreihe und bin natürlich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Für dieses Video habe ich mir direkt etwas rausgesucht, was ich so noch nie gemacht habe und zwar die Top 8 Budget-Karten der neuen Edition XLN. Das könnte man eventuell als Top-Liste auch immer wiederkehren lassen zu jeder Edition. Ihr dürft natürlich reichlich Kommentare da lassen, was ihr mal gerne in so einer Top-Liste sehen möchtet und dann schaue ich mal, was da alles so zusammenkommt. Bis zur nächsten Edition ist ja noch viel Zeit, aber starten wir jetzt erstmal mit dieser Top-Liste. Übrigens wollte ich noch einmal spezifizieren, was genau ich mit Top-Budget-Liste meine und zwar in diesem Video geht es wirklich nur um Karten, die aktuell unter einem Euro das Stück kosten. Am besten sollen sie möglichst umsonst sein, dass man sie wirklich super für Schedule nutzen kann. Die teuren Karten der Edition, die auch für Turnier-Magic genutzt werden, diese haben offensichtlich ein recht hohes Power-Level. Ich möchte mir aber wirklich die billigen Karten anschauen und gucken, wo kriegt man wirklich für wenig Geld eine richtig gute Karte und damit beginnen wir jetzt. Auf Platz 8 habe ich direkt zwei Karten hinterlegt, denn es sind die Reprints der Edition, wenn eine Karte bei Magic schon mal erschienen ist und dann nochmal neu aufgelegt wird. Da nennt man das ein Reprint, also nochmal gedruckt. Und diese Karten möchte ich nicht ganz so in diese Top-Liste einfließen lassen, weil es eben alte und bekannte Karten sind. Es sind aber zwei sehr gute Reprints in dieser Edition und deswegen wollte ich sie eben am Ende auf Platz 8 zusammen haben. Als erstes haben wir Optionen, blauer Spontanzauber für nur ein Mana, Hellsicht 1, Zier eine Karte. Dieser Reprint ist sogar sehr interessant für die Modern-Spieler unter uns gewesen, denn Optionen war vorher nicht Modern-legal und ist eben durch den Reprint in Ixalan erst Modern-legal geworden. Es ist eine sehr solide Cantrip-Karte, also eine Karte, die sich selber ersetzt, noch einen Hellsicht drauf hat und eben für sehr schnelle Tempo-Decks einfach eine sehr gute Karte ist. Ähnlich wie Swordscower kann man sie in vielen Decks verbauen, eventuell sogar in Combo-Decks, die schnell sich durch ihr Deck graben wollen und ist eine sehr coole Karte, definitiv Platz 8 hier in dieser Top-Liste. Optionen teilt sich aber, wie gesagt, den Platz und zwar mit Duress zu Deutsch, der Zwang einer meiner Favorite-Discard-Zauber. Dafür, dass sie wirklich so wenig Geld kostet, ist sie eine sehr starke Discard-Karte. Das liegt natürlich daran, dass sie schon sehr oft neu gedruckt wurde, dass sie auch so billig ist, aber für einen Mana eben eine Hexerei. Ein Gegner zeigt seine Handkarten vor, wir dürfen eine Karte bestimmen, die weder Kreatur noch Land ist und dieser Spieler muss die Karte abwerfen. Ja, Duress habe ich bestimmt in meinem Leben schon tausende Male gewirkt. Super guter Discard-Spell, man sollte ihn nicht zu oft in seinem Deck haben, weil er eben spezifisch nur bestimmte Karten trifft, aber das ein oder andere Deck profitiert definitiv von ein bis zwei Mal dem Zwang und ist auf jeden Fall eine coole Karte und damit haben wir auch schon Platz 8 erledigt. Auf Platz 7 haben wir eine Karte für alle Tribal-Spieler unter uns, vielleicht nicht für jeden, aber es ist eben generell eine sehr gute Ramp-Tribal-Karte und zwar die Säule des Ursprungs. Ein Art Fakt für zwei Mana, wenn es ins Spiel kommt, bestimmen wir einen Kreaturentyp und dann tappt das Ding für ein Mana einer beliebigen Farbe. Dieses Mana dürfen wir nur verwenden, um Kreaturenzauber des bestimmten Typs zu wirken. Tribal-Decks spielen oft einen hohen Kreaturenanteil und ich finde die Säule des Ursprungs kann in dem richtigen Tribal-Deck eine echt gute Budget-Ramp-Karte sein. Natürlich ist die Säule nichts für sehr schnelle, aggressive Tribal-Decks wie Elfen oder Goblins, dafür ist sie einfach zu schlecht, aber wenn man eben ein Tribal-Deck spielt, wo es auch eben nicht super viele passende Tribal-Karten für gibt, kann man mit der Säule eben diese fehlenden Plätze füllen und langsame Tribal-Decks können so ein bisschen schneller Mana generieren und das ist auf jeden Fall eine super Karte für alle Tribal-Fans meiner Meinung nach. Auf Platz 6 haben wir direkt eine sehr gute Ram-Karte, sie rampt uns aber nicht nach vorne, sondern sie ist eine große Kreatur, die wir möglichst schnell ins Spiel bringen wollen. Auf Platz 6 versteckt sich das Avatar der Lodernden Sonne, einer der neuen Dinos, ich finde ihn echt cool, für eine Rare, die nahezu gar kein Geld kostet, ist sie echt eine solide Karte, die eben auch nicht nur in Dino-Decks gut ist, sondern in jedem beliebigen, zum Beispiel rot-grünen Ram-Deck kann man ihn definitiv locker einfach viermal spielen, seine Werte 6 Mana 6, 6 sind definitiv solide. Wenn er ins Spiel kommt, drei Schaden auf den Gegner und drei Schaden auf bis zu eine Kreatur unserer Wahl ist ein starker Comes-into-Play-Effekt, machen sofort was, selbst wenn das Avatar sofort von einem Removal getroffen wird, hat es drei Schaden gemacht und eventuell sogar noch eine Kreatur getötet. Super starker Effekt, ist natürlich kein Inferno-Titan, aber dennoch eine sehr solide Rare, kann man auf jeden Fall zocken und würde ich auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten, weil es auch ein Dino ist und einfach Style hat. Mir gefällt er sehr gut, Avatar der Lodernden Sonne auf Platz 6. Auf Platz 5 haben wir eine Ankamme mit der neuen Erzürnen-Fähigkeit. Diese Fähigkeit gefällt mir persönlich übrigens sehr gut, wenn man die ein bisschen ausnutzen kann, ist das schon eine sehr starke Fähigkeit. Und auf Platz 5 sind die umherstreifenden Raptoren. Für drei Mana zwei, drei Dinos erzürnen. Immer wenn die Raptoren Schaden bekommen, dürfen wir unsere Bibliothek nach einem Standardland durchsuchen und es getappt ins Spiel bringen. Ein super cooler Effekt, relativ selten bei Magic Zone-Effekt und eben in Kombination mit der Erzürnen-Fähigkeit hatten wir das noch gar nicht. Wenn die Raptoren einfach sterben, sagen wir, sie werden einmal geblockt oder können einmal im Kampf interagieren, dann sterben sie, dann suchen sie ein Land raus. Das ist immer noch ein solider Effekt, aber sobald wir zwei Länder aus einem Raptoren-Team rausquetschen können, ist das schon ein ziemlich guter Vorteil. Gerade in Ramp-Decks einfach das Deck ausdünnen, schneller, mehr Mana haben, ist ein starker Effekt. Und weil die Karte so einzigartig ist, habe ich sie hier auf Platz 5 gesetzt. Auf Platz 4 haben wir eine Rare, die, obwohl sie so wenig Geld kostet, definitiv nicht unterschätzt werden sollte, denn sie ist die reine Karten-Vorteilsmaschine. Die Bischöfin der Wiedergeburt. Für 5 Mana 3-3 ein Vampirkleriker mit Wachsamkeit. Das sind akzeptable Werte. Wachsamkeit ist natürlich sehr gut, haben wir oft auf weißen Kreaturen. Die Kreatur kann angreifen, aber auch noch gleichzeitig verteidigen. Und immer wenn die Bischöfin angreift, können wir eine Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Wie gesagt, ganz klare Karten-Vorteilsmaschine, die gute. Jede Runde kann sie eine Karte wiederholen, wenn man das natürlich mit anderen guten Kreaturen kombiniert, die 3 oder weniger Mana kosten, ist das ein sehr starker Effekt. Wir können gute Enter-the-Battle-Field-Effekte, wenn die Kreaturen wieder ins Spiel kommen, ausnutzen. Oder tatsächlich Kreaturen bewusst opfern, sterben lassen, um sie dann im nächsten Zug mit der Bischöfin direkt wiederzubeleben. Wenn sie länger im Spiel bleibt, zieht sie super viele Karten, kann Spiele alleine gewinnen. Sie ist zwar kein Sun-Titan, aber definitiv eine sehr gute Budget-Rare. Und hier auf Platz 4. Dann Platz 3 kommen wir wieder zu einer Ankammen und diesmal eine ganz andere Karte, die gar nicht so zu den anderen Karten passt. Und zwar die feurige Kanonade. 3 Mana-Spontanzauber. Die feurige Kanonade fügt jeder Nicht-Piraten-Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Auf den ersten Blick natürlich eine ganz, ganz wichtige Karte für rote Piraten-Decks. Aber diese Karte ist definitiv spielbar in ganz vielen anderen Decks. Denn in der Regel spielen unsere Gegner keine Piraten. Also es ist ein sehr guter Mass-Removal-Zauber auf einem Spontanzauber. Und die feurige Kanonade kann definitiv sehr gut in Control-Decks funktionieren. Ähnlich wie zum Beispiel damals Volcanic Fallout. Das war auch ein 3 Mana-Instant-Zauber, der ähnlich wie die feurige Kanonade funktioniert hat. Und ich kann mir die Karte sehr gut vorstellen. In Izzet-farbenen Control-Decks oder Grixis-farbenen Control-Decks. Also alles, was einfach rot spielt. Super gute Karte. Man kann sich viele kleine Token-Decks, Weenie-Decks vom Hals halten und hat einen sehr schönen, flexiblen Spontanzauber, den man genau dann spielen kann, wann man will. Man kann sich Mana aufhalten, eventuell Karten ziehen, Counterspell spielen oder die Kanonade spielen. Super guter Zauberspruch. Ganz klar für mich hier Platz 3. Auf Platz 2 haben wir eine Ankammen, eine Kreatur, ein sehr guter Finisher für grün-basierte Decks. Und zwar den donnernden Stachelrücken. 7 Mana, 5 5. Andere Dinosaurier, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 1 und für 6 Mana gibt es einen 3-3er Dino-Token mit Trampel, der natürlich sofort 4-4 ist durch den Lord-Effekt des Stachelrückens. Diese Karte ist wieder nicht nur gut in Dinosaurier-Decks, sondern allgemein in Ramp-Decks. Eine super starke Finisher-Karte. Je länger sie im Spiel ist, desto stärker ist sie. Jede Runde kann sie Tokens produzieren, manchmal sogar mehrere, wenn man sehr viel Mana zur Verfügung hat. Und der Stachelrücken sieht einfach einen Tick zu stark aus für eine Ankamme. Meiner Meinung nach könnte das auch eine Rare sein und dann immer noch eine gut spielbare Rare. Also ich werde mir auf jeden Fall ein paar Stachelrücken zur Seite legen, weil ich definitiv in diversen Ramp-Decks mal einfach ein paar Dinos rauslassen will, ohne ein Dino-Deck zu spielen. Cooler Finisher, mein Platz 2 für diese Edition. Auf Platz 1 haben wir eine wirklich starke Beatdown-Kreatur, die den Gegner richtig unter Druck setzen kann, der anstürmende Megalosaurus. 5 Mana, 5 5, Trampelhaste und der eine oder andere wird jetzt überrascht sein, dass ich ihn auf Platz 1 gesetzt habe. 5 Power für 5 Mana mit Eilis generell schon ziemlich stark bei Magic. Wir haben hier eine Ankamme und das Power-Level auf dem Megalosaurus ist einfach echt hoch. Er ist zwar nur in relativ wenigen Decks spielbar, also nicht so flexibel und vielseitig wie vielleicht ein Teil der anderen Karten, aber in dem richtigen Deck setzt er den Gegner sowas von unter Druck und Trampelschaden, finde ich, macht ihn einfach ausreichend gut genug, um hier mein Platz 1 der Budget-Karten von Ixalan zu sein. Hier muss ich natürlich wieder sagen, er ist kein Reality-Smasher, aber definitiv super solide Werte für eine Ankammen, kann man ordentlich Spaß mit haben und der eine oder andere Megalosaurus hat mir schon zum Sieg verholfen. Gute Karte und damit wollen wir auch dieses Top-8-Video beenden. Ihr könnt auf jeden Fall einen Kommentar da lassen, vielleicht, was ist eure Favorite-Budget-Karte aus dieser Edition. Bin auf jeden Fall gespannt, wie euch allgemein diese Videoreihe jetzt wieder hier im Programm gefallen hat und ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020